Ja, jetzt hört er keine große Rede mehr. Ich wollte eigentlich nur die Veranstaltung für beendet erklären. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr da wart, dass ihr so diszipliniert wart, dass ihr so eine schöne, bunte, friedliche Demo hingelegt habt. Und ich möchte mich auch bei den Beamten der Polizei, die uns heute begleitet hat, bedanken für ihr sehr kooperatives Vorgehen, für die sehr gute Zusammenarbeit. Sie haben heute mal gezeigt, dass das auch gut miteinander geht. Dafür einen schönen Dank. Kommt gut nach Hause. Habt ein schönes Wochenende.